Was ist Androgyne Allobezi? Androgyne Allobezi ist eine Form des Haarausfalls, die häufig sowohl Männer als auch Frauen betrifft. Manchmal auch als männliche Glatze bezeichnet, wenn sie bei Männern auftritt, verursacht der Zustand Haarausfall in einem bestimmten Muster, das an den Schläfen beginnt. Beim Männern beginnt das Muster mit einem zurückgehenden Haaransatz und einer Glatze am Scheitel, wohingegen Frauen häufig das Ausdünnen der Haare am ganzen Kopf bemerken. Bekannt als weibliches Haarausfallbild, können das diffuse Ausdünnen der Haare und das Fehlen eines zurückgehenden Haaransatzes auch Männer betreffen. Männlicher Haarausfall, der mit Androgyne Allobezi einhergeht, führt manchmal zu vollständiger Glatze, aber die Haare am Rücken und an den Seiten des Kopfes bleiben häufig. Frauen mit dieser Erkrankung verlieren selten ihr gesamtes Haar und der Haarausfall ist allmählicher. Das Vorhandensein des Enzyms Zytochrom kann ein möglicher Grund für die Unterschiede bei Männern und Frauen mit Androgyne Allobezi sein. Zytochrom metabolisiert Androgyne zu Östrogenen, wodurch Frauen einen niedrigeren Androgenspiegel aufrecht erhalten können. Ein hoher Anteil an Dihydrotestosteron in der Kopfhaut ist typisch für Menschen mit Androgyne Allobezi. DHT ist eine Art Androgen, ein männliches Hormon. Haarausfall tritt bei Männern auf, weil das DHT an Androgenrezeptoren an Haarfollikeln anhaftet und so einen normalen Wachstumszyklus verhindert. Männliche Haarfollikel haben auch eine genetische Empfindlichkeit gegenüber DHT. Aufgrund der genetischen Veranlagung schrumpfen die Haarfollikel bei Kontakt mit dem Hormon und verkürzen so die Lebensspanne der Follikel. Die Ursachen für Androgyne Allobezi können sowohl Vererbungs- als auch Umweltfaktoren sein, aber eine Reihe von Umständen kann die Rate des Haarausfalls bei Frauen auslösen oder erhöhen. Hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft und in den Wechseljahren können die Wirkungen der Androgyne stimulieren, die Haarausfall verursachen. Eierstockzüsten oder die Einnahme von Antibabypillen mit hohem Androgenindex können ebenfalls zu einem anfänglichen Haarausfall führen. Chemische Behandlungen für Männer mit Androgyner Allobezi umfassen Finasterid und Minoxidil. Finasterid hemmt das Enzym, das Testosteron in DHT umwandelt, wodurch der DHT-Spiegel in der Kopfhaut wirksam gesenkt wird. Minoxidil verlangsamt den Haarausfall und kann dabei helfen, das Haarwachstum zu stimulieren. Das Medikament beeinflusst jedoch nicht die Hormone, die Haarausfall verursachen. Für diejenigen, die keine Chemikalien für ihr Haar verwenden möchten, sind auch viele Kräuterbehandlungen erhältlich. Haarausfallbehandlungen für Frauen unterscheiden sich manchmal von denen für Männer. Chemische Behandlungen stehen für Frauen zur Verfügung, aber natürliche Nahrungsergänzungen und Ernährungsumstellungen können auch dazu beitragen, das Fortschreiten der Glatzenbildung bei Frauen zu verlangsamen. Der Verzehr ausreichender Mengen Protein zusammen mit proteinmetabolisierenden Nährstoffen kann erheblich helfen. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin B6, Magnesium und Biotin können nützlich sein, da sie den Körper beim Abbau von Proteinen unterstützen.